Die werden es alle erleben dann am 14. November. Und wir bleiben royal. Und da sage ich nur, wenn Königs auf Königs treffen, geht es da besonders steif zu eigentlich? Nein, zumindest nicht in Dänemark. Königin Margarete ist ja eben meist sehr locker drauf. Und eine besondere Freude ist es, ihr die spanischen Royals zu treffen. Zum ersten Mal seit 43 Jahren sind ein König und eine Königin aus Spanien auf Staatsbesuch in Dänemark. Und das wird standesgemäß natürlich gefeiert. Vielen Dank.